Moins Leute und willkommen zurück zu Let's Play Gabriel Knight, die Sünden der Väter. Ja, wir sind im inneren Kreis. Hier soll sich der Talisman befinden in diesem Opfertisch oder da drin besser gesagt so. Und wir brauchen auf jeden Fall ein menschliches Herz, um diese Schale hier zu öffnen. Wir haben schon mit diesen Metallstangen probiert, das bringt nichts. Und der Wolfgang hat uns im letzten Part darum gebeten, das Herz der Leiche zu besorgen. Und mal schauen, ob das funktioniert. Da aus der Leiche scheint es gemeint zu sein. Wir müssten diesen Dolch noch haben, oder dieses Schattenjäger-Messer. Da ist es. Und ran an den Speck. Great, my first job as Schattenjäger. Cutting up dead monsters. Wolfgang, nooo! Auweia, was ist da schiefgegangen? Nooo! So asschlicht noch? Tentenor, you gonna pay for this, you bitch! Why did he go to Africa, Gertie? No, it's okay. I'm just a little anxious. No, they haven't. I just need to talk to Gabriel. Auweia! Zehnter Tag. Tief unter der Erde war ich bereit zum Kampf und dachte nicht an den Sieg. Auf einen Schlag zerstört, wer schuldlos und wer niederträchtig war, so mag's gewesen sein. Gabriel neigt. After arranging for the shipment of Wolfgang's body back to Ritter's birth, Gabriel returns to New Orleans. He carries with him the Ritter talisman. He has not heard from Grace for over 24 hours and he could not reach Malia by phone. And although he has some idea of what he is coming home to attempt, he still has no clue where to attempt it. Or does he? Aha, da sieht man noch den Jackson Square. Da wollen wir erstmal, ähm, zum Headquarter. Zur Buchhandlung. Grace, I'm home. Grace? Oh, no. Grace! Oh, Grace ist nicht da. Oh, gut, dass wir den Dolch hier noch haben. Wollen wir mal hier hinten schauen. Oh, who's there? I have the talisman. Yeah? Good for you. I got a headache. You? Don't come near me. You're dead. Oh, was that you at the tomb? You should have said something. You mean you weren't dead, you son of a bitch? Do I look dead? No, no, don't answer that. I was searching the tomb. When I heard someone coming, I broke the light and got in the drawer. Sorry I brained you, but I thought you were one of them. Christ, you about killed me. I said I was sorry. Besides, I owed you one for stealing my badge. It makes you feel any better. I lost my wallet that day. Your wallet? Oh, I guess you're right. We are even. Like I said. Anyway, we shouldn't stand out here and gab. Someone on the street might see us. Let's go and back and talk. Ah, er hat sich nur totgestellt, weil wir ihn wohl gestört haben. Er hat wohl selber eher Mittel im Grab. Okay, now let's talk. Ähm, ja. Hätte auch ruhig mal automatisch in diese Dings gehen können. Alright. Let's talk. Jo, wir können noch fünfmal let's talk sagen. So. So. What should we do about Grace? them voodoo people have taken her, the goddamn bastards. We have to find her and save her and we can't count on the police department for any help. Okay. Let's make a plan. What do you think we should do? We need to find the headquarters of the Getty cartel, rescue Grace and dig up some concrete evidence so that I can take this straight to the FBI. Sounds easy. Uh-huh. Do you have any idea where their headquarters might be? Perhaps. Well, you do seem to have a knack for sniffing out this voodoo stuff. Why don't you see if you can locate it for sure? Meanwhile, I've got some things I've got to do. I'll meet you there later. How will you find it? Damn, that's right. If only I had the tracker from my office. I have it. Really? Good going. You give it to me and leave a signal device at the entrance to the headquarters. All right. Okay, I'll tell you, Meldus. So, fill me in on what you've been doing for the past five days. I've been getting smart, that's what. They got me running, I'll admit. But the day a bunch of drum-banging, mumbo-jumbo-chanting magicians can catch old Lightfoot Mosley is the day I die. Can't argue with that logic. Now, these guys have it wired, I tell you. From the mayor to a couple of major judges, right down to the beat cops. The Geddes are untouchable from that angle. But once I really started digging, it was like I could see clearly, these guys are into everything that happens in this city. And most people are scared shitless of them. Or they don't know about them at all. Also, there stecken wohl mehr mit drin, äh, als uns lieb is. Let me fill you in on what I've learned in the past five days. Okay, have at it. Well, Malia Geddes is the head of the cartel. Dr. John is her right-hand man. I learned that much. You sure know how to pick them, Knight. Uh-huh. She's not really responsible, though. Because during these ceremonies, she's ridden by the spirit of her ancestor, Tetelo. You don't say. It's true. Anyway, I have something, a talisman, that I can use against them. It'll help, but they probably still have a power source somewhere in their Houn Ful. Also, this whole thing kind of ties in with my nightmare scene, and my family history. My family does this shadow hunting thing, and about 300 years ago. Look, don't confuse me, okay? You worry about all that metaphysical stuff, and I'll just try and catch the bad guys. Yeah, you'd never believe me anyway. So, okay. Wir haben einen Plan. Wir können ihn mal kurz wiederholen. Obwohl, haben wir ja gerade gehört. Ähm. Wir haben noch das Peilgerät. Wir sollen mostly da wissen, dass in was Sache ist. Obwohl ich wiederhole ihn gerade mal, der mir gerade wieder entwichen ist. Was war der Plan wieder? Jeez. You're gonna go locate the headquarters. I'm gonna go get some supplies. You're gonna signal me when you found the headquarters. I'll meet you there. We go inside, find Grace, collect some evidence and get out of there. Oh, yeah, right. Genau, also was ich schon sagte, wir sollen das Hauptquartier von denen finden und ein Signal für Mosley hinterlassen. Beziehungsweise Mosley ein Signal geben. Da fahren wir das Peilgerät. Hier ist der Tracker. Great. Don't forget, das Signal-Device nahe der Entrance zu der Haum 4. Und be careful. Ja, Vorsicht ist unser zweiter Vorname. Nicht. Ähm. You too. Ja, ähm. Ich weiß, wo das Hauptquartier ist. Äh, ich weiß, wo ich hin muss. Die Frage ist nur, wie kommt man da drauf? Beziehungsweise, wir haben hier noch einen Brief liegen. Den nehmen wir mal. Und schauen mal, was drin steht. Der Note ist von Malia. Es sagt... Gabriel. Ich hoffe, du überlebst lange genug, um das zu erreichen. Malia. Ja, ein Brief von Malia. Wir sollen uns aus entstaunt machen. Natürlich machen wir das nicht, sondern lesen erstmal die Zeitung. Was so abgeht. Times-Piccahune. Times-Piccahune. Dated June 28, 1993. The weather service is baffled by the series of bizarre storms that rocked us out yesterday. 20 died, and close to 100 were injured. The storms only accentuate the bad luck that seems to have gripped us out. The crime rate for the past three days has peaked to unprecedented levels. And there have been 50 reports of food poisoning in New Orleans alone. In other words, keep your head down, folks, and pray that August will return us to sanity. Warily, Gabriel reads his horoscope for the day. Gird yourself with mercy. Arm yourself with righteousness. The final hour awaits. There's a school teacher somewhere who's damn confused. The top of the desk is Grace's private domain. The top of the desk. Okay, hier können wir wohl nichts mehr machen. Das heißt, wir werden zum Ort des, ähm, Verantwortlichen gehen. Also, die Kriminalität ist gestiegen. Hier gibt's Stürme. Ob das alles, ähm... Wieso hängt das Bild hier wieder? Dad ist painting. Ich warte, Grace hat es von Bruno selbst zurückgebracht. Ach ja, Grace, die gute Seele, die uns von schlimm bewahrt, ist jetzt selber in Gefahr. Wir haben sie in die Gefahr mit reingezogen. Also, da steht uns natürlich, äh, das ist unsere Pflicht, sie da wieder rauszuholen. So, und dann wollen wir mal in die Kathedrale. Und wie man da drauf kommt, weiß ich wirklich nicht. Wahrscheinlich gibt's... Allerdings ist mir das nie so klar geworden. Also, dass der Jackson Square aussieht wie ein Wewe, das ist ja wohl von Anfang an klar gewesen. Aber... Dass hier der Eingang ist? Und so, und wie man hier sieht... Und wisst ihr, was wir da machen? Wir haben doch noch diesen schicken Schlangenstab. Buch der Wache. Oh, wir haben Mosleys... Äh, Mosleys Brieftasche noch. Und rein damit. Scheiße, sind die Sachen aus Afrika gemeint? Ich wusste es. Ich wusste es. Der Schlangenstab ist vorbei. Gut, jetzt müssen wir natürlich für Mosleys erstmal den Schlangenstab hier verstecken, damit er auch hier runterfahren kann. Gabriel setzt das Schlangenstab unter der Bench für Mosleys. Und natürlich sollen wir ihm, äh, diesen Peilsender, äh, hier verstecken. Okay, also mit Mosleys früher oder später hier aufkreuzen und wir schauen uns mal draußen um. Oh, Hightech. Der Elevator stoppt bei einem Raum unter der Katedral. Express Elevator zu hell. Der Elevator zurückkehrt zu der Katedral. Gabriel sitzt jetzt. Das Stück von Kunst auf dem Wall sieht aus wie etwas, das die Geddes aus Afrika transplantiert haben. Vielleicht, Gabriel. Schalter betätigen. Ach ne. Ach doch. So, das ist genau das gleiche. Das Rad im Rad, genau wie in Afrika. Eins zu eins. Wir haben jetzt hier über diesen Türen immer so Zahlen stehen. Dieser Türen hat sechs Snakes, Ronny. Genau, wir sind in den Raum Nummer sechs. Das heißt, hier unten ist Raum Nummer, äh, fünf, vier und da umgeht's zu sieben, acht, neun und so weiter. Das ist genau das gleiche. Wollen wir erstmal nach oben. In Raum Nummer sieben. Und wir können immer nur die Dinger hier benutzen. Aha. Ein Lagerraum. Das haben wir hier. Okay. Die nehmen wir natürlich mit, denn ich hoffe, Mosley kommt noch zur Hilfe. Ich denke, ich werde diese Wolf-Mask für mich nehmen. Diese Boer-Mask für Mosley scheint notwendig für Mosley, wenn er es überhaupt macht. Ja, ich hoffe, Mosley kommt noch rechtzeitig. Äh, Opas macht's. Und... Ja, wie sich... Das... Ja... Ich verrate nicht zu viel. Ich hätte es nämlich schon fast gemacht. Ähm... Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ähm, möchte noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Äh, und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.